Ich bin durchgeholt von einer Personengruppe. Da müsste der Hund, wenn jemand mitgeht, mit dem Hauptmärz an, phasenweise etwas geschlossen mitgehen, dann mit dem Sitz oder so eine Ausstimmung. Gut, Abrufe, wartet schön, ruhig, kommt die Seinstrebung hin, aber die Grundstellung ist dann schnell und auch noch sehr gut. Der Hochsprung ist ohne Beanstandung. Dann der Weitsprung, die Anfangsgrundstellung, das ist etwas klug, wo es hingehen kann, die Sprünngsäge sind wie eine Wohnung. Es war ein sehr guter Gesamthach, ein sehr guter Teil der Münze. Amen.